Hattest du gestern Kopfschmerzen? Warst du im Bett? Ich komme gleich, brauchen wir mehr Luftballons. Zwölften Habt ihr immer viel Besuch am Wochenende? Besuch 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 Warst du gestern bei deinem Sohn oder bei deiner Tochter? Warst du den ganzen Tag zu Hause? Warst du den ganzen Tag zu Hause? Ich hatte Glück, das Basketballspiel war noch nicht vorbei. War noch nicht vorbei. Meine Mama war gestern bei ihrem Vater, er war krank. Ihrem Vater, er war krank. Ich hatte Spaß, danke schön. Ich bin froh, der Umzug ist vorbei. Danke schön für alles, hier ist eine Flasche Wein. Alles für... Ich habe keine Ruhe, denn ich habe Kinder zu Hause. Ruhe. Ruhe. Keine. Ruhe. Willst du mich in mein Lieblingsrestaurant einladen? Ruhe. Ja. Ich bin froh, ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020 Mia war nett, ich lade sie in mein Lieblingsrestaurant ein. Alex war lieb, kannst du Kinokarten für ihn kaufen? Lieb. Kinokarten Dein Bär war total faul, wir schenken ihm keinen Elefanten. Julia war sehr hilfreich, ich gebe ihr einen Gutschein. Vielen Dank. Gutschein Gutschein Dein Bruder war hilfreich, schenkst du ihm dein Motorrad? Deine Mama kommt gleich, kauf ihr einen Gutschein. Deine Mama kommt gleich, kauf ihr einen Gutschein. Mama kommt gleich Deine Mama kommt gleich, kauf ihr einen Gutschein. Kauf ihr einen Gutschein. Dankeschön für deine Hilfe, der Umzug ist jetzt vorbei. Ein Gutschein 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 Weg Gutschein Auto Magst Hemd Ruhe Flasche Schenken Schenken Froh Helfen Kurz Hemd Willst du mich in mein Lieblingsrestaurant einladen? Schenken 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 Willst du mich in mein Lieblingsrestaurant einladen? Willst du mich in mein Lieblingsrestaurant einladen? Wo sind die Kellner heute? Kellner Zehn Mäuse wohnen in deinem Restaurant Mäuse Remi ist am nettesten und seine Suppe ist am besten. Siehst du viele Filme? Aus Kanada In welchem Restaurant isst du gern? In welchem Café arbeitest du lieber? In welchem Café arbeitest du lieber? Ich arbeite in diesem Restaurant. Ich bin Koch hier. Diesen Die Pommes sind am salzigsten. Wo ist mein Glas Wasser? Am Am salzigsten Am salzigsten Am salzigsten Du läufst am schnellsten? Hast du immer Hunger? Am 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 Vielen Dank. Am schnellsten In meinem Restaurant sind die Kellner am nettesten. Oft Mäuse Freitag Ohne Geld Tina, Gähne und Luise sind Kellner in diesem Restaurant. Die Kunden in diesem Café sind am nettesten. Ich bin hungrig und mein Auto fährt am schnellsten. In welchem Stadion ist das Popcorn am frischsten? Tina, Gähne und Luise sind Kellner in diesem Restaurant. Kellner Diesem In welchem Stadion ist das Popcorn am frischsten? In welchem Stadion? In welchem Stadion ist das Popcorn am frischsten? Tina, Gähne und Luise sind Kellner in diesem Restaurant. In welchem Stadion ist die Schulfsteil? In welchem Stadion dieses Billboard closesd? Vielen Dank.